Ich bin gespannt auf dieses Spiel. Das letzte ging ja katastrophal falsch. Das lief ja... Viel schlimmer hätt's ja nicht laufen können. Aber naja. Naja. Ich hätte halt nicht Luna nehmen dürfen. Oh Gott. Stumpsburg. Okay. Offensiv-Techies. Okay. Was haben die denn mit einem Zufallshelben? 800 Spiele... Na gut. Kommt irgendwie hin. Öfter verloren als gewonnen. Ja. Okay. Okay. Das ist ein Master of Us. Okay. Okay. kann mit wir haben recht wenig carry dabei nein okay komm bitte gib auf was soll das stimmt doch gar nicht immer noch brad und ja brad und mich und scheiße brad das passt doch das eigentlich was mir jetzt sorgen macht sky kriegt eine ganze menge mana ich bin nicht so der bringer ja 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 Jetzt nicht langsam mal. Das ist doch echt kackendreiß. Ich habe Zeit, um einen Snack zu finden. Ich habe Zeit, um einen Snack zu finden. Ich hätte vorher mal damit anfangen müssen. Ja gut. Okay. Wir warten jetzt nicht, wenn er eine Sonnenholzleitung hat, dass er nicht mehr das Spiel aufrechterhalten kann. Soll er wieder rausgehen? Ich bin auch nicht unbedingt schade um die Punkte. Bekomme ich ja dann wieder, ne? Oh Gott, was ist denn hier denn diesmal so schnell? Schon wieder. Ich meine, ich bin zwar jetzt auch schnell, aber... ...Grab... ...Ah, Mist. ...Sky gegen mich, wunderbar. Geh' ich mal hin und spamm' mal vorsichtig, ich leg' mein Dolch gegen ihn. Geh' ich nicht so weit, wie's eben funktioniert. Jetzt stimmt, ich bin ja noch schwach. Der darf doch gleich auch keine Markeen mehr haben, verdammt Axt. Wie kann er denn? Also ich bin mir ja nicht ganz sicher, aber normalerweise dürfte das nicht in seinem Standardangriff sein. Irgendwas stimmt bei dir nicht. So ist es schon wieder raus. Der nächste Angriff explodiert, da war was. Ich hasse diesen Angriff. Das ist unglaublich ungestimmt bei dir nicht. Der dürfte so gut wie keinen Mana mehr haben. Warum habe ich den jetzt nicht als Last Hit bekommen? Was ist denn hier? Ja, toll, 40er Ping, da kann es liegen. Der hat mich als Zeit versessen. Ich weiß nicht, was für ein 40er Ping alles ausmachen kann. Ich glaube es einfach nicht. Das kann nicht Maiden sein, den so viel Mana zu schiebt. Das kann nicht sein. Das ist unwinzig bei einem Mili. Wenn er nicht gerade schon hinten steht. So, es hat eine Minute. Wir haben noch kein First Blood. Das ist sehr interessant. Nein, ich muss zurück. Keine Möglichkeit. Warum muss Zeus auch unbedingt da sein? Skye ist in die Mitte gegangen. Tinkern. Shackle und Blitz. Wobei der Fokus auf dem Blitz liegt. Okay. Hätte ich vielleicht nicht unbedingt so gebaut, aber... Oh ja. Oh ja. Und hier los. Okay. We have first blood. First blood. We have first blood. We have first blood. Maiden ist raus. Es sind drei Leute raus. Es ist klar, dass da irgendeine Langer fehlt. Was doofer ist. Sky und Storm Spurs sind stark. Die können das ganze leider auch alleine gewinnen. Dengel, warum konnte ich das denn jetzt nicht? Ja, wie gesagt, das kommt ja eigentlich ganz gut. Ich meine, schön, dass er auch gestorben ist, aber... Guck mal, sag ich, helfe. Das müssen wir hier wirklich nicht. Ich habe einen Schaden. Ich habe einen Schaden. Sie sehen mich nicht? Sie erheben. 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 Wenn ich jetzt mal Level 6 erreichen würde, so langsam, wäre das schon eine kleine Hilfe. Dann könnten die Deutschen schon mehr anrichten. Oh, davon habe ich ja auch noch welche, habe ich vergessen. Wollte ich doch mal behaupten, in dem Fall. Das ist doch mal ein bisschen. Der Lebensregen. Was ist das Problem? Das ist schon mal Level 7. Das bisschen Free Farm kann ich auch gebrauchen. Ich meine, Sky kommt nicht einfach mal so rüber. Und Storm Spirit, da muss ich echt aufpassen. Das ist schon mal. Nice. Okay. Stormspurt ist immer noch auf top. Okay, Stormspurt ist immer noch auf top. Na also. Jetzt kann man die ganze noch lange schon wieder nehmen. Hm. Ah. Ich sehe gerade Stormspurt nicht, aber ich glaube die wollen es tatsächlich durchziehen. Genau. Erstmal wird es. So. Nein, ich wollte die doch. Ich habe die Schmerzen. Ich habe die Schmerzen. Ich habe mehr von mir, aber weniger zu sehen. Ich bin nur die Schmerzen. Das Problem ist jetzt, da ich eigentlich unsichtbar bin. Schmerzen. Schmerzen. Ja, weniger. Ja. 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 Ja gut, das hilft. Bisschen. Ja. 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 Na ja, ist Stormspurt. Ja. Ja, da ich ein bisschen. Na ja, da ich einmal in der Hand kann. Hier sind noch etwas. Na ja. Na gut, das war jetzt... Damage-Timing ist ein bisschen doof. Wenn man das auch will. Gut, ich bin... Ne, ich muss die unbedingt auf C legen, sonst komme ich damit nicht klar. No. Bestes Rezept dafür? Fernhalten. Abwarten, aufhalten. Fernhalten. Like a Wisp. Ich bin mir immerhin sicher, wie man genau mit Stunzberg klarkommt, wenn man den ja tatsächlich gegen sich hat. Okay. 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 Yes. Yes. Radiant. 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 Start. Z5. 1. 1. I-3. Toilet. Ste Yun! Jetzt kommt für mich meine Battlethury. Ich mache das Ganze auf jeden Fall schon mal einfacher. Ich mache das Ganze auf jeden Fall, ich mache das Ganze auf jeden Fall, ich mache das Ganze auf jeden Fall. Das bringt das ja gar nichts. Stunzberg fehlt halt eben noch. Ich trinke jetzt irgendwie, ähm, wenn ich Kohle klaue. Das ist echt ärgerlich. Oh, shit. Hm. Ich stört ja dann wohl keinen, weil ich den Brunnen mal benutze. Um. Okay. 3, 2, 5. Oh Gott, ich muss noch... Stormspread ist ein scheiß Gegner. Für Pierre. Oh Gott, ich muss noch... Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich muss noch auf der Zeit. Ich muss noch auf der Zeit weg. Ich muss noch auf der Zeit weg. Doch nicht mein Turm. Hier geht man sich, ui, ui, da. Kann ich da drüber gucken? Irgendwie ja schon oder dann auch wieder nicht. Gah, nur Level 13, das ist eigentlich eine Mächte. Okay. Wunderbar. 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 Oh. Oh? Da bin ich eigentlich mal gespannt. Oh, komm, wirklich. What the fuck? Das brauch ich ja nicht sagen, also. Ich weiß jetzt nicht, was das Spiel zählt. Ich würde fast behaupten, nix, weil... Ne, Moment. Nicht gewertet, ja. Tatsache. Schade. Oh, und dann sieht man mal wieder, ich muss noch einiges mit PA üben. Meine Items sind okay. Neh, mich, geh ich doch mal von aus. Oh, was haben wir denn jetzt? Wie viele von denen habe ich denn noch? Zwei, vier, sechs, acht, neun. Was? Zwei, vier, sechs, acht, fünf Stück. Tatsächlich noch neun? Pff. What? Ach, das ist ja diese spezielle, ja, okay. Gut, dann brauchen wir noch ne Runde. War ja jetzt relativ kurz. Ja, das ist ja.